Würdest du dich trauen, Geld für dich arbeiten zu lassen, statt für Geld zu arbeiten, wie wir das ja alle kennen und bis eben gelernt haben? Und auch mal der Frage auf den Grund gehen, was Freiheit wirklich bedeutet und, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, wie ein ausbalanciertes Familienleben als Unternehmerpaar wunderbar funktionieren kann. Dann bist du hier genau richtig mit einer herzlichen Einladung zum ersten internationalen großen Familie der Zukunft Online Summit. Genau über diese Themen haben wir mit wunderbaren Herzensmenschen gesprochen, nämlich mit Irene Kainz, mit Michaela Hahlacher und mit dem Unternehmer-Ehepaar Amira und Martin Reh. Mit Irene Kainz haben wir darüber gesprochen, was sollte überhaupt die Basis einer Familie sein, beziehungsweise die Beziehung ist eh die Basis für alles. Also dieses Thema haben wir im Gespräch, im Interview mit Irene ganz im Detail beleuchtet. Es geht um das Thema Emotionen und Körper, wie du emotionale Souveränität erlangst und warum du deinen Körper auch auf deiner Reise deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung mit integrieren solltest. Wir sprechen über Themen wie freie Bildung, also Dayschooling als Alternative. Was bedeutet da Freiheit grundsätzlich? Und mit Michaela Hahlacher haben wir darüber gesprochen, warum du deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen solltest, wie genau du das auch machst, wie du dich traust, wirklich Geld für dich arbeiten zu lassen und auch wie du im Hinblick auf die Finanzen wirklich unabhängig von anderen wirst und auch wie du herausfindest, welcher Vermögensaufbau zu dir passt und wie finanzielle Bildung alle, wirklich alle Lebensbereiche auch positiv beeinflusst. Und dann kommen wir noch zum Unternehmer, Ehepaar, Amira und Martin Reh. Bei Ihnen ging es um das Thema, was bedeutet Freiheit in der Familie? Wie funktioniert ein ausbalanciertes Familienleben als Unternehmer, als Unternehmer, Ehepaar? Und wie kann ich frei auf der Welt unterwegs sein mit der Familie und in Verbundenheit gleichzeitig auch sein mit mir selbst? Sicher dir jetzt dein Ticket. Diese wunderbaren Interviews sind am 22. Januar für 24 Stunden kostenfrei am Start. Sicher dir jetzt dein Ticket, dann bekommst du schon mal drei wunderbare Geschenke von uns und hör jetzt auch mal gerne rein, was die vier dir auch noch mit auf den Weg geben möchten. Den Link findest du hier in der Nähe von dem Video, um dir dein Ticket zu sichern. Wir sehen uns dann gleich im internen Bereich mit einem wunderbaren Geschenk. Hallo, mein Name ist Irine Kainz und ich habe gerade ein Interview geben dürfen zu diesem wundervollen Kongress. Familien der Zukunft Online Summit sei unbedingt dabei. Da sind alleine in meinem Video und diesem Video schon so viele Goldnuggets drinnen. Mir ist es so ein Anliegen, Freiheit kommt immer mit Verantwortung. Wir dürfen da auch was tun dafür, wir dürfen da hinschauen, wir dürfen Dinge verändern, wir dürfen diesen Mut fassen. Und Mut ist etwas, was sehr oft kommt in Gemeinschaft. Deshalb ist dieser Kongress ein wunderbares Mittel, auch Mut zu fassen. Und ich bin mir sicher, auch alle anderen Gespräche, alle anderen Interviews haben ganz viel Weisheit, an die man andocken kann und darf. Also sei gerne dabei. Familie ist etwas, wo ganz, ganz viel Wirken stattfinden kann, wo ganz viel Veränderung für die Zukunft stattfinden kann. Und je mehr Eltern sich dieser Verantwortung bewusst werden, desto mehr Chancen für wirklich eine ganz neue, friedvolle Welt haben wir. Also klick rein, sei dabei. Wenn du auch endlich ein selbstbestimmtes und freies Leben führen willst, als Familie, dann sichere dir jetzt diese wertvollen Impulse bei diesem Summit. Ja, herzlich willkommen zum Summit Familie der Zukunft. Familie ist die Keimzelle von allem, von unserem Leben, von unserer Gesellschaft, von unserem Zusammenwirken, von unseren Erfolgen, von unserem Spaß, unserer Freude und letztlich nochmal von unserem Leben. Deswegen herzlichen Dank dir, liebe Madeleine, und deiner Familie, dass ihr diesen Summit veranstaltet. Und danke, dass wir hier ein bisschen beitragen dürfen und dir als Zuschauer vielleicht auch den ein oder anderen Impuls geben können, dein Leben als Familie noch schöner, noch erfolgreicher zu gestalten. Danke Martin, das hast du super zusammengefasst. Also lasst euch nicht entgehen, was auf diesen wunderbaren Kongress hier an Impulsen kommt. Hier sind ganz zauberhafte Sprecher, Familienunternehmen, Familien on Tour mit dabei. Und jede Familie, jedes Paar hat sicherlich die besten Tipps, Gold Nuggets und Geheimnisse für euch zu teilen. Einfach dabei sein, dabei sein ist und wie immer alles. Bis bald. Eure Amira. Eure Amira. Eure Amira. Untertitelung des ZDF, 2020